Für jeden von euch, wir sind sehr, sehr, sehr berührt, dass so viele dieses innere Anklopfen vernommen hat und dass ihr hier seid. Und dass so viele... ...beweist, dass sie offensichtlich bereit sind, einen vielleicht entscheidenden Schritt in ihrem Leben zu tun. Und ich begrüße euch, dass ihr hier seid, weil es so ist, dass ihr wissen könnt, dass ihr ein großer Schritt für euch habt. Irgendwann steht jeder vor der Aufgabe, sich an sich selbst zu erinnern, zu erkennen, wer er wirklich ist. Das ist unsere Hauptaufgabe in diesem Leben und das Ziel unserer individuellen Evolution. Uns Händige vor uns haben bereits diese Erfahrung gemacht. ...und ihren Weg zu sich selbst gefunden. Bewusst oder unbewusst sind auch sie auf der Suche nach sich selbst, nach ihrem Weg. Und das hat sie wohl hierher geführt. Bewusst oder Unbewusst sind auch auf der Suche nach Auf der Suche nach der Realisation gemacht. Amen.